Nur ein gutes Metroid ist ein totes Metroid. Oder fast so ähnlich auf jeden Fall. Hallo, mit mir ist der Torben da und wir spielen noch eine Runde in der Metroid 2 Remake. Huch, ist da oben was drin. Ich wollte gerade sagen, das war gerade auch so etwas. Na, oder ist es einfach nur ein kleiner? Das ist glaube ich neu. Hat sich da ein kleiner Glitch versteckt? Ein kleiner Glitch? Na, sonst kannst du ja da ja mal mit dem Ball kurz einmal lang rollen. Heute bin ich wieder am Controller. Ich glaube, jetzt kann ich ja mal ein bisschen rumnerven und hier ein bisschen meine Sprungskills zeigen. Wo müssen wir denn hin? Die Sprustis. Sprustis. Also hier links geht es wahrscheinlich noch nicht weiter, weil dafür müssen wir erstmal die genau fertig. Dann musst du erstmal die Metroids erledigen. Ach, erstmal die Karte. Da hinten, ah ja, du kannst hier nach rechts durch sprinten einfach. Ja, dann hast du den Krabbel-Metroid beim letzten Mal besiegt, der dich immer so geblitzt-dings hat. Ne, der Knopf war das noch. Meinst du, da ist was? Genau, also ich weiß auf jeden Fall, dass der Gegner sich nicht merken. Die sind richtig intelligent hier, die Typen. Schon was gefunden. Eins von den seltenen Missile-Packs. Da ist also noch mehr, ja. Ich war auf einem Secure-Konzert, habe ich das schon erzählt? Geil. Vor gestern. Das ist ja, das ist wirklich cool. Wollen wir gut? Ich meine, das sind halt alte Leute, ne? Habe ich auch gedacht, aber Robert Smith ist 57, also der ist jetzt noch nicht so alt. Ja, war gut, war gut gewesen, aber... Muss gut gewesen sein. Genau, was wir festgestellt haben, also erstmal Robert Smith sieht ein bisschen komischer aus mittlerweile. Ja, das finde ich auch. Also er musste dezent aufgedunsen und hat ja so ein leicht androgynes Wesen irgendwie. Ja, nur in Alt jetzt. Ja, nur in Alt jetzt, genau. Hat aber noch eine gute Stimme so, also hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass da... Ich finde es so witzig, dass du auf einem Secure-Konzert warst. Also das habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Sieht man dir gar nicht an mit deinen gruftigen Klamotten und den Totenkopf-Uhrringen. Genau. Und die haben drei, dreieinhalb Stunden durchgespielt. Jetzt nochmal zurück zu dem Thema. Seit wann hörst du dir ein Secure? Ich mag Secure sehr gerne. Mach sie schon immer. Ist das weiß oder grau oder was? Das ist so gräulich. Achso, Eisbeam oder was hatten wir gesagt? Habe ich jetzt auch gedacht, ja. Aber genau, was ich und meine Frau festgestellt haben, ist, dass wir nicht nochmal auf ein Konzert von denen gehen würden. Weil ich finde, dass man da, die ja keine große Bühnenshow machen oder sonst irgendwas, die Musik viel besser konsumieren kann, wenn man das über eine gute Stereoanlage bei sich zu Hause in Ruhe hören kann. Aber nur, wenn es ein Plattenspieler ist, ne? Natürlich, nur wenn es ein Plattenspieler ist. Und nach so zwei, zweieinhalb Stunden haben wir dann auch gedacht, weil du ja auch eigentlich mehr stehst, als dass man da jetzt zu der Musik abgeht oder irgendwas. Dann geht es so, ja, tun uns vielleicht auch schon so langsam mal die Füße weh. Und sie haben wollen, haben wollten, haben wollten, sie haben sich geweigert aufzuhören zu spielen. Aufzuhören zu spielen. Ja, das ist manchmal, das habe ich aber auch schon ein paar Mal gehabt, dass man denkt so, ja, es ist nett, dass ihr so lange spielt, aber es wäre auch mal okay. Genau, richtig. Und das Publikum ist ja dann auch schon etwas älter, meist. Und dann waren da ganz viele Leute, die dann extra von weit angereist waren irgendwie. Die Musik war auch nicht so laut. Also das war, wenn die Musik ein bisschen ruhigere Parts hatte, konntest du auch so die Leute um dich herum den Gesprächen lauschen. Ach was, echt jetzt? Ach so, es war nicht so krass laut? Nö. War's gut. War angenehm. Äh, genau. Und die waren dann halt echt so von jung bis alt, mehr alt. Ich versuche da irgendwie nochmal, ah, jetzt, okay, ja. Genau, die dann, so, du schaffst, alles so Leute, die halt irgendwie alle fünf Jahre mal auf ein Konzert gehen. Okay. Ähm, ist ja auch alles fein, aber... Sind die eigentlich nur in Hamburg aufgetreten? Nee, in Berlin war das, ne? Wir waren, wir waren hier in Hamburg. Hast du, ach so, okay, aber die sind auch in Berlin aufgetreten? Genau, gestern. Okay, ich dachte, ich wollte gerade sagen, hast du Gero und, äh, Nikolas getroffen. Nö, aber, äh, man kann nichts Schlechtes über das Konzert sagen, also, außer, dass ich halt sagen würde, ich würde sie mir nicht nochmal angucken, weil ich denke, dass ich das mehr wertschätzen kann, wenn ich die Musik ruhig zu Hause höre. Aber wir hatten, sind auch mit aus dem Grund hingegangen, weil wir dachten ja, wir wissen nicht, wie oft die jetzt noch auf Tour gehen, wir wollten einfach die nochmal live gesehen haben. Ja, wenn die überhaupt nochmal auf Tour gehen, das ist einfach... ! ok hier die kleinen leuchtekäfer kommt zu mir aber ich weiß nicht genau was für das da war einfach nur ein bisschen licht da kann man auch nach rechts siehst du das da oben ist ein gang ja schluss jetzt Ich habe einen Schrauben. Ich habe einen Schrauben. Ich habe einen Schrauben. Na, geht doch. Ich denke dann immer, wenn die kleinen Varianten davon noch kommen, dass dann... Aha. Dass noch ein großes kommt? Ja, dass noch irgendwas im Busch ist dann. Ja, das ist doch komisch hier, oder? Ja, ich würde sagen, das ist komisch. Eingrabbeln kannst du dich alleine. In so einem guten, einfach quadratischen Raum lassen sie sich irgendwie am besten bekämpfen. Ja, wenn da nicht unten Lara ist und so. Ja. Das war gut. Aber jetzt sind wir auch in der Gastsacke. Stimmt. Ich muss ja die Wand checken, ja. Damit war ich ja nicht übersehen. Ich habe mich früher mal auf dem Game, aber ich habe mich immer in die Meteor-Tölle reingelegt. Ja. Was muckelig ist da. So. Das ist nischt. Das war zu Matsch-Geräusche. Zwei Stück sind es ja nur noch, ne? Also, ich glaube, das Areal machen wir heute noch klar. Und dann voll auf die Girls. Und dann voll auf die Girls. Ja, sagt er immer. Man ist hier unten am Boden. Das ist jetzt keine... Und hattest du da eben einen Baum? Ne, habe ich glaube ich nicht. Aber ich glaube nicht. Das sieht auch irgendwie komischerweise gar nicht so aus, ne? Ne, das sieht alles hier nach Ende aus. Aber... Achso, da geht's noch weiter nach vorne. Gucken, ob ich das jetzt überlebe. Oder ob ich die Rechnung ohne das Meteor heute gemacht habe. Ne, das ist ja voll energie. Und fertig ist die Rennerrohr mit Info in Fantasy. Und ich habe nicht mehr so viele Raketen. Das ist ja voll eng neu. Spezialkampf hier. Keine Finstern. Aber du hast vier Super-Dinger. Ja. Ich muss erstmal den Typen sehen dafür. Make it count. Wie der andere kann also sein. Ja, das war gut, oder? War auch countig. Ach, hier ist gar kein... Ich dachte, hier wäre wie Säure oder so. Hätte ich mir doch noch mal ein paar mehr Leuchte-Knipsis holen können. Ob der Letzte ein spezieller ist? Nächste Igualizonsstufe oder so? Glaube ich nicht. Meinst du, hier kommt jetzt direkt der Letzte durch? Könnte sagen. Ich glaube, ich kann einen anderen Weg mehr, oder? Ja. Da hast du recht. Also. Ja, da könnte Christian immer schön Energie und alles. Na, muss ich aber auch wirklich einsam machen. Aber die nächste Evolutionsstufe fliegt nicht mehr, ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Das war so eine Art, dann wie so ein Genut sowas. Hä? Ist ein dezenter Slowdown da gerade, wa? Wollen wir mal rechnen, wie es das toll ist. Wollen wir mal rechnen. Ich glaube, ich muss ja so einen Umweg gehen, um dahin zu kommen, wo ich hin will, ne? Guck mal, hier ist noch so ein Kreis. Jetzt kommt sie noch so ein Labyrinth wahrscheinlich. Ist der Metroid nicht jeder Umweg, jeder Weg anhandel? Ach, an den Raum erinnere ich mich. Hier muss man oben so rumfrippeln, um dann längst zu kommen. Muss man da machen, so eine Sprungsequenz oder so? Ich glaube auch, was mit dem Dash, glaube ich. Oder? Mal hier noch mehr. Hast du das? Komisch, ich kann das irgendwie anders an erinnern. Oh nein. Eh? Natürlich. Ich muss ganz schnell rücken. Ich geh jetzt schnell springen. Nee. Kann man jemanden da ganz schnell rüberrollen? Geht das? Nee, natürlich. Okay, ich dachte, wenn man so ganz schnell rollt. Nee. Wenn du so springst mit ihm die ganze Zeit. Habe ich ihm probiert. Das ging ja nicht. Ach so. Mensch. Ach ja. Es ist mir aber nicht gewohnt, weil den Zweiterbord gibt es ja in keinem anderen Teil. Ganz schön düster hier alles. Ah, guck an. Oh. Hä? Das wollte ich gerade sagen. Da ist was. Das ist bestimmt nur, um wieder zurückzukommen. Ohne Probleme. Ja. Ja. Das geht halt. Komm her jetzt hier. Das Licht machen einfach. das ist aber finster die mögen mich ich hätte gedacht das licht geht jetzt an kann man das hätte ich jetzt lichter machen ach um das ding zu bekommen muss man hier das ist witzig bei dem anderen spiel aus momentan spiel bei den momentan station alpha da haben sich ganz viele folgen immer abgewechselt entweder das ist dritte ich finde es relativ schwer und da habe ich entweder eine folge damit verbrachten entgegen dass wir siegen und die nächste folge habe ich dann mit einer sprung sequenz vertrag um den gegenstand zu bekommen das ist halt auch so ein spiel was fast nicht nur von einer person gemacht worden ziemlich gut ist jetzt hin ich habe nichts entdeckt und dann weiter nach rein da da ich glaube wir müssen hier und dann fällst du jetzt hier und jetzt musst du nach rechts gehen du kannst hier runterfahren nicht mehr nicht mehr parapet und okay weiss ich nicht wie das gehen kann es gibt ich glaube ich muss athe ach guck mal das ist jetzt weg ja dann muss ich hier anlauf nehmen und dann da oben rein hopseln hier runter und dann nach rechts einfach ach so oder so rum ja das ist aber knapp aber hallo machbar war ich muss sowieso erstmal gucken wo muss ich denn von hier aus da rüber daschen ne ich muss hier rein dann von hier aus von der ebene oder von hier aus müsste eigentlich aber es sieht niedrig aus als das hier drüben glaube ich ja ein stein ungefähr eine höheneinheit mhm es geht ich hätte sehr schwieriger in erinnerungen aber vielleicht ist es auch die erfahrung mit esa sehr gut super messer ist natürlich gold wert ich habe gesehen dass die dragon ne wie heißt das ich glaube von heute echt im kopfprinzip namensfindungsstörung die minecraft so dragon quest bilder heißt das das ist ein misch aus dragon quest und minecraft ok ich habe ich habe jetzt die dragon quest lore ist außer der außer der slime ist mir auch total unbekannt eigentlich du hattest auch mal hattest du nicht auch mal probiert sechs oder sieben und zehn habe ich aber nicht durch ne aber ziemlich ne nicht durch aber tatsächlich ziemlich ausgiebig aber zurzeit ist es nicht das mit der irgendwas war doch damit da hat er nicht ein karten mit peitsche oder so das medel ja simon bellmond muss ich hier ne du kannst jetzt einfach gerade hoch und dann nach links oder oder hier und dann hoch ne ja aber geht das nicht ich will nicht grad doch ich müsste auch gehen das muss ein nerviger wahrscheinlich da hoch stimmt ja ich bin grad hier so in so einem rollenspielflash mit der überkopf rollenspiel deswegen spiel ich dieses das ja mal nach dem spiel hier haben wir ja das hauspark noch schon ne ja jetzt wo die technik soweit ist dass wir das hinkriegen vielleicht hinkriegen ja wenn sie big aim endlich das kabel schickt was ich habe ok dann speichern und mal kurz rein schnuppern in den nächsten abschnitt würde ich sagen ja ich freue mich genau das war ja hier gerade darauf hinaus dass ich mich super freue aufs neue persona ja wie ist das hier immer noch ja irgendwie ist das nicht richtig ja doch aber ist ein stück gesunken vorher kommt man hier nicht lang ne freust du dich auf das neue persona? achso ja ich freue mich auch total auf das neue persona der musik ist cool hier hm hier waren wir schon überall hier ist irgendwo der gegenstand den wir nicht gekommen haben ne wahrscheinlich hin ne ich hab jetzt hier drin irgendwo was war der denn noch? obwohl ich bei persona ja ich möchte ja alle charaktere von persona 4 haben ich möchte eigentlich ne fortsetzung mit persona 4 2 ja es gibt vielleicht charlie tunoco irgendwie so nach vorne ja aber es gibt das gab es vorher auch schon mal dass charaktere schon äh wieder aufgetaut sind ne ich mein charlie tunoco mit dem namen achso achso das ist witzig ja das hattest du glaub ich schon erzählt dass die Entwickler das äh mitbekommen haben genau ok ich weiß nicht wo ich hin soll achso ich geh mal nach links dann glaube ich ich weiß nicht wie ich an den gegenstand kommen soll ich weiß auch nicht wo genau wo ist meinst du giant bomb macht dazu was? weiß nicht das wäre jetzt einfach nicht so typisch wenn sie einfach einen indulgence fahren machen würden aber vielleicht aber das problem müssen wir nie mal nach san francisco fahren fehlt das ist ja stimmt wie viele metros haben wir eigentlich insgesamt noch? das fahren 30 und schon viel ach guck hier kann ich jetzt lang na dann jetzt kommt hier noch ein speicherpunkt noch hölliger noch hölliger wenn man so viel energie hat dann lohnt sich das hier dann verliert man wahrscheinlich weniger energie aber die haben ja aber die haben echt ganz schön viel abgezogen würde ich sagen ja stimmt ich könnte ruhig mal ein paar sachen droppen das mic oder den bass oh was ist das denn für die tür? ja cool geh mal rein das ist kein länger krass ah das ist eine Ausgrabungsstätte glaube ich research team the scientists constructed a small mobile research site within the cave system the access tunnel leading to the research vessel has collapsed and all of the equipment is non operational vital signs of all exosuits are flatlined there are no survivors in this site ja ja bis auf die zombies oh hier sind so kann man die wollten doch wohl nicht etwa Metroids einsammeln hier oh super na haben wir 8 oder 10 jetzt? 8 ja das ist schon ziemlich auffällig hier ne findest ein Gegenstand und jetzt müssen wir wieder ein bisschen Raum zurück ja ich mag aber dass die Türen so Bewegungsöffner haben ja schade dass ich nicht so wie dieses dicke Kind da so rein laufen kann du 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 ich warte hier passiert nichts ich warte hier passiert nichts ich warte hier passiert nichts oh nice schade nur 3 hast du noch nur 3 hast du noch alle noch aber das ist gefährlich und das könnte dann nachher noch wie müsste dann noch jetzt mein Scanner ist auch irgendwie kaputt ne die wurden mir gar nicht angezeigt wir wissen aber wenigstens woran die gestorben sind hier oh ah jetzt kommen wir in der Mitte lang da ist ja noch ein Weg nach oben das ist das ja ich schieß mich das nach oben das ist ein Fahrstuhl ja ja kannst du da hoch ne kannst du es freispringen ja ja aber jetzt later ja komischen flundern so dann müsste ich wahrscheinlich noch dann ist es ganz rechts hoch irgendwas abschneiden k k Hier, wo das extra versteckt ist, was wir nicht finden. Ja. Da habe ich in der Demo aber auch richtig lange gesucht. Ich glaube aber, das gefunden zu haben. Also jetzt hier irgendwo ein Speicherpunkt, das klingt wirklich super. Gut, dass ich noch einen hatte. Ja. Es ist der Mining Bereich. Ganz schön wird runter gekraxelt hier. Oh, Scanning Environment. The Lord Metroid is in captivity. Ja, Mining Facility. The Galaxy. Mind your own business. Mind your own business. Und die erinnere ich mich auch noch. Ja? Das ist echt krass. Ich würde gerne mal in, was? In Metroid Prime gab es ja. Achso, ja schon. Ich würde gerne eigentlich mal den Vergleich machen, wie Metroid 2 eigentlich war. Nee. Besser nicht, ne? Daran kann ich mich auch erinnern. Hier geht es nicht, aber es gibt glaube ich irgendwo anders noch eine Mining Maschine, da kann man mit dem Ball so rein und die antreiben. Das mochte ich übrigens bei Metroid Prime, da hatte man ja diesen Turbo Ball. Ja. Da konnte man diese Gyros hier überhören. Wenn sie spielen wollen, näher rein. Ja. Ja. Aber er accentился dieses Ding zu gewinnen. Ah, ist noch nichtig. Jetzt ist er floorig. Speicherpunkt! Wo? Nee! Möchte es ein? Du rufst ihn herbei? Großer Speicherpunkt! Da ist ein Speicherpunkt normalerweise hier nicht mangelt, mache ich mir keine Sorgen, dass hier gleich erneut sei. Aber erstmal müssen wir noch die Mining-Maschine hier. Yeah! Ich finde der Spider-Ball oder der Morph-Ball sollte sich ein bisschen drehen jetzt da. Oh! Da geht es nicht weiter! Ja! Achso, ich dachte das Ding wäre kaputt gegangen. Hoffentlich nicht! Gucken! Wir können doch direkt die Mietholz durchmalen mit, oder? Ähm... Ja... Hoch! Passt! Was für ein Timing! Aber es werden auch keine Mietholz angezeigt. Das kommt wahrscheinlich gleich. Ja! Nächstes! Aber nicht mehr jetzt! Nicht mehr jetzt! Aber jetzt ist... Same bedtime, same Superman-Channel! Genau! Until then! Hollari! Habt euch wohl! Dio, die... Dio, die... Ciao! Tschüss, 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 tschüss.